Aua! Aua! Oh, die Hölte konnten schon viel aus. Aids. Oh nein, jetzt habe ich Alkohol getrunken. vor einer weile hat mal ein doppler versucht habe ich denn überhaupt noch essen klappt es wird eng mit essen ist da drin wo war das hier ich habe nur noch ein bier danach habe ich kein essen mehr scheiße so ich muss noch weiter gucken da war noch was ein jagdhund ich sehe keine verbindung zu kälbchen was soll der scheiß das war jetzt mal alter jetzt wollen sie natürlich noch mal nie kämpfen jetzt konzentriere dich aufs kämpfe jetzt 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 ich jetzt ich das ich immer blatt ich möchte nicht sterben alter was habe ich denn noch so ich brauche jetzt Meditation da ich kein Essen mehr habe vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht meine Gestaltung zu nehmen ja und er fand es scheußlich wie war das hier Doppler sind gut so schwimmt gleich weg ne ja genau tut mir leid ich mach jetzt noch mal Meditation ja brutal scheiße also ich finde jetzt gerade nix mehr ach das ist wieder da warum kann ich das nicht benutzen hier ja dann sind ja auch verschwunden das gibt es doch gar nicht da runter da unten ist noch so ein Zeichen ich probiere es einfach mal ein Pferdebild das muss ein Hinweis für Ciri sein das habe ich da eigentlich gerade aufgemacht wo ist es noch ein Zeichen irgendwo was ich da runter bin ich jetzt überhaupt richtig noch ein Pferd fast genauso wie das letzte mal sehen was jetzt passiert ich weiß nicht was du gemacht hast aber es hat funktioniert ich komm wieder her ja ich komm schau sie gehen auf ja gehen wir so wie wärs mit speichern ich will das noch mal das alles machen hier gut juhu wenigstens weiß ich jetzt was meine Teleportation gestört hat dieses Portal hier ich glaube das ist eine Schwalbe meinst du es ist sicher natürlich der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen komm jetzt was packt da vorne rum es ist ja so still geworden ist das schlimm ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm äh komisches Vieh da vorne hallo ein Golem ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache Sirei ich bin dran ein 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 Ah, immer mal ein bisschen angreifen. Das ist nicht so schwer bis jetzt, vielleicht kriegt er noch einen Rage-Mode, ich weiß nicht. Ah, jetzt muss ich mich... Aber, ich hab das mal zum Heilen, ey. Oh, er ist tot. Kaputt gemacht. Aua. Meditation, ich hab nämlich nichts zu fressen. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vor dir. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexa. Unterschätzt sie nicht? Und jetzt? Was dich angeht, hab ich ein sehr gutes Gefühl. In mehrerlei Hinsicht. Ist man da hoch? Ah ja, da geht's hoch. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Noch ein Portal. Hallo? Ich hoffe mal nett, ey. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Wir haben den Müllfahrt gesehen. Toll, das heißt, sie haben nicht richtig Vorsprung. Toll, das heißt, sie haben nicht richtig Vorsprung. Vella Glam. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Haben sie eingefroren, wie sie anläufen konnten? Na, es wird schwer. Schwer gegen die Wilde Jagd. Die Wächter ist verabschied. Späte der Radata zu. Der Radata zu verabschieden, ne? Sie haben die Wächter. Damit sie ein Wächter. Bei diesem Wächter. Tand schweren. Da wird alles gut. Jetzt? Standbild? Ah ne. Ah, ich kann jetzt nicht speichern, okay. Ja, ich bin ja da. Wenn die jetzt sind, da war doch gleich eins. Naja, die muss es halt spannend machen, ne. Muss jetzt erst zum Hinteren gehen. Ach, ich muss sie geschützt machen. Wir müssen sie schließen. Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung. Oh, geht. Ich will da jetzt nur draus gehen. Komm rein. Hau mal. Na ja, was denkst du? Mach's mir schaffen sie nicht. Ich muss extra leicht weggehen. Dann kann ich noch mal fahren, alles klar. Da kommen sie. Oh. 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 Okay, warte hin. Ach, der ist noch? Ich habe gerade gedacht, der ist umgefallen. Nur noch einen! Das kommt bestimmt vor die riesen Viecher raus. Ihr kommt nicht vorbei! Aua, go! Fuck! Aua! Aua, 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 Aua! Ich habe nicht mehr viel Leben. Boah! Haben wir es geschafft? Ey, ich darf keinen Schaden kriegen. Ich würde sagen, Meditation, ne? Fuck, kann ich nur nicht. Fähra! Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausholen können. Ich weiß, ich weiß, wir müssen weiter. Hm. Äh, warte, ich muss erst mal meditieren jetzt. Was? Hm. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Boah. Ich mach das schon. Spiel speichern tun wir auch noch. Kann man immer noch nicht speichern. Ach du scheiße. Du machst das. Okay, ich bin mal weg. Ja, aber abwarten. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen. Er erwartet uns. Endboss wahrscheinlich, ne? Oder irgendwie sowas. Zwischenboss vielleicht erst. Ey. Das Problem ist, ich hab nichts mehr zum Fressen. Du bist stur, Däune. Geralt. Soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf mich rum zu kommandieren. Hallo, ich will den markieren. Ja, aber... Scheiße. Ja, mach ich mal kurz. Zu der Sperrenkampf. Geil. Ich wollte gar nichts machen. Ey. Alter, ich komm da gar nicht dran, Mann. Alter, ich komm da gar nicht dran, Mann. Ey. Ey. Ich glaub, das dauert jetzt nicht. Weil... Ich hab kein Leben. Ich kann mich nämlich jetzt nicht wirklich auf Kämpfen einlassen. Oah. Sieh nur. Er öffnet eine Passage. Oh nein. Es ist wieder... Konzentrier dich. Ich kann mich. Ah Ah Nein Ah 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 Alla hat er wieder Leben zurückgekriegt Ja Schön war's Ich bekomme ohne Witz, ich brauche Fressen Was mache ich denn jetzt? Was für eine Plackerei Kann ich mir Heil trinken oder sowas machen? Ich habe da keine Zutaten, ey Das ist so scheiße Tränke Vergiftungen Ich kann höchstens das da noch benutzen Na da habe ich das scheiß Material Och Menuh Wie gut, dass ich mitgekommen bin Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu Ja Niemals Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal.